Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy & Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und du bist hier bei den Spiritual Snippet-Folgen. Das sind kurze Folgen, die Best-of-Folgen sind von Podcasts, die bereits aufgenommen waren, mit ganz tollen Gästen, mit Solo-Folgen und wo du zu bestimmten Themen kurze Zusammenfassungen bekommst, wo du dich einmal so richtig energetisch aufladen kannst. Und ich wünsche dir unglaublich viel Spaß mit unserem Spiritual Snippet heute. Und los geht's direkt mit dem ersten Snippet. Wie finde ich denn so einen Partner? Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, 99% von den meisten Menschen da draußen geben dieses Commitment nicht, hauen ab, wenn es schwierig wird, bleiben in den Vorwürfen, entschuldigen sich nicht, sind nicht bereit, die eigene Heilungsreise anzutreten, sind nicht bereit, Coaching zu machen, den eigenen Shit anzugucken, was es ja einfach braucht. Und ich, also ich kann mir vorstellen, dass für viele, die denken sich so, ja, total geil, will ich auch, aber wenn ich das jetzt mit meinem Partner oder meiner Partnerin machen würde, würde die sagen, ciao, ist mir viel zu anstrengend, lass uns doch lieber weiterhin irgendwie an der Oberfläche so tun, als wäre alles gut. Weißt du so, das ist ja, viele leben ja in diesem gemütlichen Elend quasi und haben sich da so eingegroovt. Wie schafft es jemand, also wo kann jemand, der jetzt gerade zuhört, anfangen, der sich genau so eine Qualität wünscht für sich und für den Menschen, mit dem er oder sie zusammen ist, aber Angst davor hat, dann genau vor der Erfahrung verlassen zu werden oder, ne, dass du eben nicht gehalten wirst, wenn du dich so zeigst. Also wo fängt man an? Das Bewusstsein zu schaffen, da bist du ja schon einen großen Schritt, wenn du dir dieser Angst überhaupt schon mal bewusst wirst, ist ja schon viel geschafft. Und wir dürfen ja auch einige unserer Klienten begleiten, die gerade so jemanden kennengelernt haben, die gerade, das hat jetzt wieder eingeschrieben, jetzt irgendwie sind sechs Wochen zusammen. Und wenn du natürlich in dieser frühen Phase anfängst, schon daran zu arbeiten, und dir deiner Bedürfnisse bewusst wirst und über Bedürfnisse und Grenzen setzen sprichst, das ist ganz spannend zu sehen, dann folgt der Partner ziemlich schnell. Umso länger du schon in der Partnerschaft bist, umso eingefahrener ihr euch habt, umso herausfordernder ist es natürlich etwas zu verändern. Und es gibt, ihr braucht noch nicht mal ein Problem, ihr braucht eine Bereitschaft und es reicht die Bereitschaft von einem, sich das anzuschauen. Das heißt auch nicht, dass ihr streiten müsst. Das heißt, du bist bereit, dir dein Leben mal aus einer neuen Perspektive anzugucken, aus einer Perspektive des Wozus. Wozu wirst du dieses Leben, was du hast? Wozu hast du den Partner, den du hast? Weil die Frage des Wozu bringt dich immer in die Verantwortung. Und dazu musst du noch nicht mal in den Dialog mit deinem Partner gehen, sondern die Frage kannst du dir erst mal stellen. Denn dein System will immer, dass du überlebst. Und die Frage des Wozus bringt dich dahin, rauszufinden, was ist so dein Überlebensmuster? Was braucht dein System für vermeintliche Sicherheit? Und da kannst du so Schritt für Schritt weitergehen. Und wenn da, ganz kurz eine Frage dazu, weil, also angenommen, jemand geht da jetzt in die Reflexion und stellt dann fest, ah okay, shit in Anführungsstrichen, ich stelle jetzt fest, ich bin mit meinem Partner nur zusammen, um nicht alleine zu sein. Also meine größte Angst ist es, verlassen zu werden und deswegen bin ich mit meinem Partner zusammen. Was mache ich dann? Also wir stellen auch immer die Frage, liebst du deinen Partner? Das ist mal eine elementar wichtige Frage und in 99 Prozent der Fällen ist die Antwort ja. So, wenn du deinen Partner nicht liebst, ist erst mal die Frage, okay, warum bist du wirklich mit dem zusammen? Also aus meiner Erfahrung sind die wenigsten mit jemandem zusammen einfach wirklich nur, um nicht alleine zu sein, sondern Liebe ist da. Und das ist schon mal die größte Kraft, die es in diesem Universum gibt, ist Liebe. Liebe, das ist das, was wir für Veränderung brauchen, was wir für Heilung brauchen. Wenn du deinen Partner nicht liebst, kann es natürlich auch sein, dass du dir nur einredest, du würdest ihn nicht lieben, weil das für dich sicher ist. Aber die meisten Menschen wirklich mit dem Partner zusammen sind, den sie lieben. Die meisten sagen darauf ja. Die meisten sagen allerdings nein, wenn du sie fragst, liebst du dich selbst, was auch schön ist. Und wenn man davon ausgeht, der Partner spiegelt deiner Glaubenssätze, spiegelt dein Partner ja letztlich die Liebe, die du auch dir selbst gegenüber hast, was du nicht zugeben willst. Das ist noch ein anderes Thema. Aber Liebe an sich ist eine sehr wichtige Kraft, glaube ich, die dich überhaupt diesen Heilungsweg gehen lässt. Und dann auch, wir haben ja auch manche Singles in unserer Praxis. Und auch da zu sehen, okay, du kannst diesen Weg für Partnerschaft, also schon als Single gehen und schon ganz viel erkennen, okay, warum ist es für mich gerade auch sicherer, alleine zu sein? Und wo habe ich irgendwie geschlussfolgert, Beziehung ist auch einengend, Beziehung ist auch gefährlich, Beziehung beschränkt mich in meiner Entfaltung und so weiter. Und da ganz oft, dass halt ganz tolle Erkenntnisse daraus kommen, okay, ja, bei meinen Eltern, also irgendwie habe ich geschlussfolgert für Frauen oft, meine Mutter hat irgendwie den Kürzeren gezogen. Und die war nicht glücklich in dieser Beziehung. Warum soll ich mich jetzt auf Beziehung einlassen und das gleiche Spiel nochmal machen? Da bleibe ich lieber alleine. Und dann schon viele sehr schnell erkennen, was eigentlich ihr Muster ist. Und da Beziehung, also ob du eine hast oder auch keine hast oder eine glückliche oder unglückliche, dass immer ganz viel Transformationskraft in Beziehungen steckt, die zu einem wunderbaren Erkenntnisprozess führen können, wo du ganz viel über dich erfährst nochmal und dich kennenlernst und auch immer mehr dann absteckst, was du willst, wie du dir dein Leben vorstellst. Und dafür ist ja deine Arbeit so großartig, weil du ja, egal ob Single in Partnerschaft, gerade getrennt irgendwie zum dritten Mal verheiratet, egal was, jeder ist auf dem Weg. Die Reise ist das Ziel. Es gibt kein Ankommen bei Beziehung. Es ist ein Prozess, es ist ein Hoch und Runter. Und natürlich kann die Qualität, also es kann steigen, die Qualität der Beziehungen in diesem Bewusstseinsprozess, wo du an dir arbeitest und Dinge erkennst, die dich vielleicht noch begrenzen oder klein halten. Ich habe eine ganz wichtige Frage in dem Kontext und zwar, jede Beziehung geht hoch und runter. Und die Frage, die ich auch ganz oft gestellt bekomme, ist, woher weiß ich, dass die Beziehung die richtige ist, in Anführungsstrichen für mich, oder ob sie wirklich ungesund ist. Also wo ist der Grad zwischen Wachstum und Heilung und ich gehe kaputt? Also natürlich sehr fließend, dieser Übergang. Also nicht ganz klar absteckbar, weil ich also in Streitphasen von uns dachte ich auch, oh Gott, ich halte es nicht mehr aus. Das ist einfach so ungesund. Also ich dreh durch, wenn wir nicht bald einen Durchbruch haben. Auch der Gedanke, okay, ich trenne mich. Also eben auch das Tabu mal zu brechen, ja. Wir hatten Streit, da habe ich gedacht, okay, ich muss mich trennen. Also das ist auch normal und menschlich, weil ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Bedürfnis, dass man sich auch klar macht, Trennung ist eine Option. Wir sind freiwillig miteinander zusammen. Das ist hier kein Überlebensverbund, dass wir sterben, wenn wir nicht mehr in Beziehung sind. Keiner muss Beziehung leben und dieser Reflex, okay, ich trenne mich, ist, glaube ich, auch voll wichtig, weil es dir klar macht, du bist eigenständig. Wir sind nicht toxisch verschmolzen, sondern jeder ist ein Individuum mit eigenen Bedürfnissen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig. Und was hat denn aber dazu geführt, dass ihr in Beziehung geblieben seid? Also was war dann das, warum du dich doch nicht getrennt hast? In unserem Fall tatsächlich, weil wir immer gewachsen sind. Wir sind nicht kleiner geworden über die Zeit. Also wenn du einen Zeitraum nimmst von einem Jahr oder so, manche Streits können lange dauern. Was war euer längster Streit? Zwei Jahre. Ich habe das gleiche gedacht. Wie formuliert man das jetzt positiv? Dass so ganz ursprüngliche Themen, die du hast, natürlich eben nicht von heute auf morgen weggehen, sondern in neuer Dimension immer wieder hochkommen. Und du aber immer weiter wächst da dran. Du zeigst dich in anderen Facetten und größer. Ja, doch. Und du kannst mit immer mehr Humor damit umgehen und da Witz drüber machen und so, aber die... Ja, irgendwie ist es letztendlich wie so eine BWL-Rechnung. Gewinn und Verlust gewinne ich mehr, als ich verliere. Wenn es einen Strich unter diese Beziehung setzt, kommt mehr raus. Also wächst du, wirst du größer, liebst du mehr. Und was ist da der Zeitraum? Also wenn man sich auch eine BWA anguckt, das ist ein Jahr. Also, weil es kann ja mal, wie ihr gerade gesagt habt, es gibt Streits, die dauern. Es kann ja mal sein, dass man mal, keine Ahnung, einen Monat, zwei Monate in einem Konflikt ist. Also wir haben drei powervolle Fragen für die Frage, ob du dich trennen sollst. Die ist, erstens, habe ich alles gegeben? Kann ich von mir sagen, ich habe jetzt hier alles ausprobiert. Ich bin am Ende des Lateins. Ich habe bei mir geguckt, an mir gearbeitet. Ich habe mich mit dem Partner auseinandergesetzt und so weiter. Ich habe alles gemacht. Nummer zwei, arbeitest nur du an dieser Beziehung oder beide? Weil sonst ist es ein ewiges Ziehen, wenn immer nur du bei dir guckst. Dann macht es dich klein. Sind beide bereit, dieses Commitment einzugehen, miteinander zu wachsen, aneinander zu wachsen, aber hundert Prozent selbstverantwortlich. Also beide sind hundert Prozent selbstverantwortlich, wie diese Beziehung gestaltet wird, wie sie aussieht, wie die Qualität ist. Ist einer, der mehr Verantwortung übernimmt für wie die Beziehung ist, ist es zum Scheitern verurteilt letztlich. Krass. Und Nummer drei ist, wünschst du diese Beziehung deinen Kindern? Also es ist nochmal so natürlich eine krasse Frage, aber es bringt nochmal so Klarheit oft. Okay, wow, ich bin hier in einer Beziehung, die würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen, meinem Kind erst recht gar nicht und ich muss hier raus. Und zum Punkt zwei möchte ich auch nochmal ergänzen, weil für mich, wir haben ja vorhin über Unabhängigkeit gesprochen bei dir und was für mich eine der größten Challenges war, am Anfang unserer Partnerschaft, war meine Freiheit aufzugeben und mich wirklich für Beziehung zu committen. Keine Option B offen zu haben, keine meine persönliche, weil manchmal musst du auf persönliche Freude, kurzfristige Freude verzichten, um partnerschaftliche Nähe zu haben und um eine größere Form von Freude später zu haben. Und Tanja hat dieses Commitment super eingeholt und hat irgendwann mich gefragt, okay, ganz oder gar nicht, was willst du jetzt? Und dieses Commitment abzuholen, war halt super, weil ich habe erstmal, war ich sprachlos, weil ich schon wusste, was es heißt, sein Commitment dann zu geben. Und sich dieses Commitment abzuholen beidseitig ist eben so wichtig. Und das kannst du auch daran ablesen, ob eine Entschuldigung ist es dann, also im Unrecht sein, sich für etwas entschuldigen, ist es dann, wenn am Schluss des Satzes kein aber du oder kein weil, keine Begründung kommt, sondern die steht für sich alleine. Und wenn das beide in der Beziehung machen, das muss nicht abwechselnd sein, aber beide müssen das tun, dann hast du beidseitige Verantwortung und dann hast du immer Wachstum. Und wenn das nur einer macht, ist das letztlich einfach nur toxisch, weil das zur Zerstörung, zu Selbstzweifel, zu selbstwertigen Beziehungen führt. Was wir auch in anderen Kontexten einfach schon oft mit Klientinnen und aber auch persönlich erlebt haben. Und weiter geht's mit dem zweiten Snippet. Was hat dir jetzt auch in der Beziehung mit Matthias geholfen, diese Nähe herzustellen? Also weil ich glaube auch, dass es so eine Riesenherausforderung ist, gerade weil wir diese Angst haben vor Verletzlichkeit. Und ich glaube auch, es gehören ja auch zwei dazu. Also das ist ja auch eins, das bekommst du wahrscheinlich auch oft die Frage, was ist, wenn ich mich weiterentwickele, aber mein Partner nicht? Was, wenn ich jetzt plötzlich diese Nähe herstellen möchte, aber mein Partner oder meine Partnerin vielleicht total Angst davor hat und man wie gegen so eine Wand läuft, da fühlt man sich ja dann auch verletzt, weil du machst dich verletzlich und auf der anderen Seite ist plötzlich eine Mauer. Das ist ja auch schwierig. Auf jeden Fall. Wie ist es heute bei euch? Wie lebt ihr vielleicht auch näher anders? Also habt ihr vielleicht eine bestimmte Art, wie ihr miteinander kommuniziert? Nehmt ihr euch Momente für euch? Also um das wirklich konkret zu machen, wie lebt man diese Nähe in Beziehungen? Also es waren jetzt viele Fragen an einem. Willkommen in meinem Podcast. Ich würde wahrscheinlich schon mal einen Bruchteil beantworten können, weil ich die anderen sofort wieder vergesse. Dann müsstest du sie auch kein Problem stellen. Weil das, was mir zum Anfang einfällt, ist so, wie ist dieses, wo du angefangen bist? Wie ist das mit, wie macht man das, wenn nicht beide da auf dem Weg sind? Also ich habe das Privileg, dass Matthias mit mir parallel auf diesen Weg eingestiegen sind. Wir sind angefangen vor 18 Jahren mit einem sehr hohen Wert an persönlicher Weiterentwicklung. Der Kick-off unserer Beziehung war ein Korb von mir. Dass ich gesagt habe, so ich finde ich echt süß und wir können auch Spaß haben, aber ich bin nicht interessiert an einer Beziehung. Und dann hat er das offensichtlich irgendwie geschafft, doch mich zu erobern. Das heißt, wir haben beide irgendwie schon immer, wir haben diesen Wert einfach relativ hoch in unserem System. Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall förderlich. Aber ich kriege immer wieder die Frage, und ich kenne natürlich auch Paare und Beziehungen, bei denen es nicht so ist. Und das, was ich immer nur wieder sagen kann, ist, du kannst nur an dir selber arbeiten, weil wir wollen ja gerne, das mache ich auch gerne, an Matthias rumschrauben, damit er mehr so ist, damit ich mich nicht verändern muss. Ist das super? Ja, das macht total Sinn. Wo ist das Problem? Verstehe ich nicht. Ja, ganz genau. Das ist sehr mühsam. Dann wollen die anderen sich immer nicht verändern. Echt. Also das ist, finde ich, total wichtig, weil, womit die meisten, wo die Frage bei mir auftaucht, die dann sagen so, aber er, bei mir sind hauptsächlich Frauen, die dann sagen, er soll sich irgendwie aber doch mit auch verändern. Oder was ist denn, wenn er sich nicht mit verändert? Und ich glaube, wir können nur bei uns gucken und auch da den Mut entwickeln, dass ich mich so zeigen lerne und so zu sein, wie ich tatsächlich bin. Weil wenn ich das als Voraussetzung nicht erfüllen kann, habe ich nicht die Chance, jemanden zu finden, der mitgehen möchte. Weil wir so sehr damit beschäftigt sind, uns zu verbiegen, um irgendwie gemocht zu werden, aber dann am Ende dastehen und gemocht werden für die verbogene Version von uns selbst. Und immer die Frage bleibt, würde ich auch gemocht werden, wenn ich mich eigentlich einfach so zeige, wie ich bin? Das heißt, ich muss bereit sein, und das ist tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, die wahrscheinlich keiner jetzt gerne hören will. Achtung, sonst Ohren zuhalten. Du musst immer die Bereitschaft haben, die Beziehung auch aufzugeben. Also wir sind in den letzten 18 Jahren immer wieder dieses Jahr auch schon einmal an den Punkt gekommen, wirklich Trennung als Möglichkeit auf den Tisch zu legen. Nicht, weil wir das wollen, wir beide haben das Commitment, wir bleiben zusammen oder wir bleiben zusammen, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn wir nicht bereit sind, Trennung auf den Tisch zu legen, verpassen wir die Möglichkeit, alles zu geben. Weil es ist wie eine Münze, die auf zwei Seiten ist. Ich habe keine Chance, zu 100 Prozent die Nähe zu erschaffen, wenn ich nicht bereit bin, zu 100 Prozent für mich loszugehen. Und da besteht immer die Gefahr, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, dass ich immer sagen muss, innerlich in mir, ich muss bereit sein, das aufzugeben, um meine Wahrheit zu leben. Und wenn wir beide aber das Commitment haben, dann geht es darum, dann rauszufinden, okay, was ist die Synthese? Wie kommen wir da zusammen tatsächlich? Und für uns, wir sind dann immer wieder, das sind die schmerzhaftesten Momente und die anstrengendsten Momente, wirklich furchtbar. und das sind die wachstumsreichsten Stunden, Tage, Wochen. Mittlerweile sind die Abstände deutlich kürzer als früher noch, weil wir dann die Chance haben, nochmal alles auszublättern. Okay, was habe ich vielleicht für Kompromisse gemacht? Und ein Kompromiss per Definition ist immer, beide kriegen nicht, was sie wollen. Und Kompromisse, deswegen bin ich ein großer Fan davon, keine Kompromisse zu machen, sondern immer rauszufinden, wie könnte eine Lösung sein dafür, dass beide gewinnen. Aber nochmal auf den Tisch zu legen, wie will ich das eigentlich haben? Was ist eigentlich das, was bei mir immer mal wieder so ein Gefühl sich angestaut hat? Immer mal wieder. Und in jedem Streit so ein, ah ja, stimmt, siehst du, so wie letztes Mal. Was ich eigentlich wie so ein gedankliches Konstrukt zwischen uns stelle, ich nenne das immer den siehste Haufen, dass wieder eine Schippe auf den siehste Haufen kommt und der dann immer größer wird, so dass es immer mehr Distanz kommt. Und wir müssen bereit sein, uns die hundertprozentige Wahrheit zu sagen, sonst haben wir keine Chance auf wirkliche Nähe und wirkliche Verbundenheit. Das ist erstmal die Voraussetzung. Schlechte Nachricht. Nein, ich finde, es ist eine tolle Nachricht in dem Sinne, als das, und das schließt ja wieder so ein bisschen den Kreis zum Anfang auch, dass es dir wieder die Wahl gibt. Ja. Weil ich habe halt oft auch das Gefühl, dass Menschen sich nicht mehr die Wahl lassen. Ja. Und dann denken, okay, man ist jetzt da irgendwie drin und man muss da jetzt irgendwie durch. Ja. Und wenn du halt nicht mehr die Wahl hast, dann hast du halt nicht mehr die Wahl. Also, dann kannst du nicht mehr wirklich gute Entscheidungen treffen. Und ich finde, es muss natürlich am Ende, und das ist ja hier auch das goldene Gesetz in diesem Podcast, am Ende gibt es hier nicht die eine Wahrheit. Jeder muss für sich selber immer gucken, resoniert das mit mir? Ja. Ist das das, wie ich leben will? Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist, es ist sehr, sehr kraftvoll, weil dieses Bild mit der Münze, dass du sagst, nur wenn du hundertprozentig zu dem einen sagen kannst, kannst du halt auch zu dem anderen sagen. Weil sonst bist du immer nur 60 Prozent. Ja. Und immer diese angezogene Hand. Ja. Und nie dieses All-in. Ja. Das finde ich schon spannend. Ja, und der Partner kann ja auch nie hundertprozentig ja sagen, zu dem, zu wem oder was ich bin, wenn ich das nicht wirklich zu hundertprozentig reingebe. Und so ein bisschen, so ein bisschen die Gefahr an der Stelle, deswegen ist das, ist nämlich im Buch sozusagen auch beide Aspekte. Also einmal die Fähigkeit, Authentizität in Beziehungen wirklich zu leben, aber dann eben auch den Aspekt, die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau zu erkennen, weil man kann das auch so hören, wenn man jetzt zuhört von, na dann kann ich ja nach mir die Sintflut einfach sagen, so sehe ich das übrigens und so bin ich übrigens und wenn es dir nicht passt, dann muss ich halt wohl gehen. Und darum geht es eben nicht. Nach wie die Sintflut ist nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, wirklich das Herz zu öffnen und trotzdem stabil zu stehen und zu sagen, so ist es übrigens das, wie mir es geht. Und ich wünsche mir, das mit dir herauszufinden, wie das funktioniert, aber XYZ, das geht für mich nicht. Aber eben wertungsfrei, das zu kommunizieren und darauf, also die Basis, die den meisten von uns fehlt, ist zu erkennen, Mann und Frau sind einfach nicht gleich. Und zwar nicht nur im Körper, unterhalb der Bauch, unterhalb des Bauchnabels, sondern auch oberhalb des Halses, sind wir einfach nicht gleich. Und da die Unterschiedlichkeit zu erkennen und die Männer für das zu wertschätzen, was sie sind und die Frauen für das zu wertschätzen, was sie sind und zu erkennen, dass das richtig ist, dass das in Ordnung ist, wenn mein Mann den Joghurt hinter der Butter nicht findet, weil das eben nicht zu seinen Stärken gehört, genauso wie es nicht meine Stärke ist, bei, keine Ahnung, ganz viel Drama mit den Kindern und ganz viel Organisation den Überblick zu behalten und emotional stabil und gesettelt entspannt zu bleiben, weil das eben nicht meine Stärke ist als Frau, zu erkennen, was sind eigentlich die Unterschiedlichkeiten und zu lernen, wie ich vielleicht eine ganze Weile vom Weg abgekommen bin und was es dann eben braucht, um wirklich, wirklich den anderen für seine Unterschiedlichkeit zu feiern, auch wenn sie super oft mega nervt, wenn man noch nicht so ganz, zumindest ist das bei mir so, ganz erleuchtet ist, dann nervt es natürlich auch oft, aber nur wegen meiner Begrenzung und das eben zu erkennen und damit zu spielen, damit zu sein und einfach gemeinsam daran zu wachsen. Und last but not least hier das letzte Snippet. Rebecca fragt oder sagt, mein sehnlichster Wunsch ist es seit jeher, eine erfüllende, romantische Liebesbeziehung zu haben. Bislang hat sie mich nicht gefunden und bei denjenigen Männern, bei denen das Interesse auf Gegenseitigkeit stieß, hörte ich innerlich immer wieder die Stimme, die Nein sagt. Kann ich meiner Stimme vertrauen, dass es bislang einfach nicht der richtige war oder gilt es innerlich etwas aufzulösen, damit ich Ja sagen kann und mich auf eine verbindliche Beziehung einlassen kann? Sehr geile Frage, Rebecca. Erstmal Dankeschön. Es gibt ein paar Punkte, wo ich gerne darauf eingehen möchte bei dieser Frage. Das Erste ist, dass du sagst, bislang hat sie mich nicht gefunden, die Beziehung. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendwann die Beziehung an deiner Tür anklopfen wird und dich finden wird, sondern eine erfüllende, romantische, schöne Liebesbeziehung ist etwas, wo du die bewusste Entscheidung für treffen kannst und etwas, was du bewusst erschaffst. Das ist nichts, wo du darauf warten solltest, dass sie dich irgendwann findet, sondern allein über deine Sprache da vielleicht zu gucken, anstatt zu sagen, ich warte darauf, dass mich diese Beziehung findet, zu sagen, ich gehe da raus und er schafft das selber. Also vor allen Dingen erstmal in mir. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich deine Frage gelesen habe. Und dann der nächste Punkt, dass du sagst, auf der einen Seite ist dein sehnlichster Wunsch, so eine Beziehung zu haben. Auf der anderen Seite lebst du gerade das Gegenteil. Also ich gehe jetzt davon aus, dass du gerade Single bist, dass du nicht in Beziehung bist und dass du sagst, bislang, immer wenn ein Mann da war, wo das Interesse auf Gegenseitigkeit stieß, hörtest du immer wieder eine Stimme in dir, die Nein sagt und hast dich ja wahrscheinlich dann deswegen auch gegen diese Beziehung entschieden oder dagegen diesen Menschen dann weiter kennenzulernen. Unterschiedliche Gedanken, die mir dabei kommen, ist das Erste, wenn du sagst, das Interesse stieß auf Gegenseitigkeit und du bist aber rausgegangen aus der Beziehung oder es gab eine Stimme in dir, die Nein sagt, dann frage ich mich, ist es wirklich auf Gegenseitigkeit beruhend gewesen? Das ist das eine, weil so wie du dich verhältst, verhältst du dich ja genau gegenteilig. Und das ist eben das, was auch so spannend ist an dieser ganzen Frage und auch an der Frage, die du dann danach hast. Kannst du dieser Stimme vertrauen, die zu dir sagt, Nein? Mein erster Impuls an der Stelle ist, Nein, dass du dir wahrscheinlich nicht vertrauen kannst, weil das, was die Stimme ja macht, ist, dass du genau das Gegenteil davon lebst, was du eigentlich gerne leben möchtest. Bedeutet, höchstwahrscheinlich ist dieses Nein ein Anteil in dir, weil wir haben ja alle ganz viele unterschiedliche Anteile in uns. Du hast diesen einen Anteil in dir, die Romantikerin, die, die gerne geliebt werden möchte, die, die in dieser Beziehung sein möchte, die Frau, die genau all das erfahren möchte. Und du hast dann wahrscheinlich auch noch einen Anteil in dir, der gerne frei sein möchte und Abenteuer erleben möchte. Und dann hast du offensichtlich auch einen Anteil in dir, der gerne Nein sagt. Nämlich in dem Moment, wenn jemand in dein Leben kommt, wo du denkst, oh, der mag mich, den mag ich. Und jetzt ist eben die spannende Frage, woher kommt dieser Anteil? Was ist das für ein Anteil? Wovor möchte dich dieser Anteil schützen? Und ich würde dir empfehlen, da eben genau für dich einmal hinzugucken und in Kommunikation zu gehen mit diesem Anteil, weil du kannst ihn ja quasi in dir aufrufen. Du kannst dir vorstellen, das machen wir übrigens auch ganz, ganz viel in Hard Wide Open, mit genau diesen Anteilen zu arbeiten. Du kannst dir vorstellen, kannst du gerne auch mit mir einmal die Übung im Schnelldurchlauf machen, dass du dir vorstellst, wenn du dir die Augen schließt und dieser Anteil der Nein sagt, in dem Moment, wo ein Mann in deinem, ich gehe jetzt mal, du schreibst von einem Mann, in dem Moment, wo ein Mann in dein Leben kommt und er mag dich, du magst ihn und dann kommt dieser Nein-Anteil, dass du dir einmal kurz vorstellst, dass du ihn mit diesem Anteil in dir in Verbindung gehst und dir vorstellst, du könntest ihn vor dir sehen, dass dieser Anteil vielleicht ist es ein Mensch, vielleicht ist es ein Tier, vielleicht ist es ein Fantasiewesen, vielleicht ist es irgendjemand, ein Schauspieler oder etwas in die Richtung. Da kannst du komplett frei sein, für dich einmal reinfühlen, wenn dieser Anteil eine physische Form hätte, wie sieht dieser Anteil aus, okay? Und dann kannst du dir vorstellen, du gehst jetzt in Kommunikation mit diesem Anteil, du bittest ihn, dass er sich dir zeigt und dann kannst du dir vorstellen, wie du mit diesem Anteil an einen Ort gehst, wo du dich wohlfühlst, wo es schön ist, wo du das Gefühl hast, hier bist du sicher, hier bist du im Vertrauen und dass du mit ihm reden kannst. Vielleicht ist es auch eine sie. I don't know. Das ist natürlich komplett dir überlassen. Intuitiv. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es, I don't know, ist für dich spannend. Also guck da einfach, was es für dich ist, wer da kommt. Und dann kannst du diesen Anteil fragen, wofür bist du da? Wovor schützt du mich? Und du kannst ihn fragen, wann bist du in mein Leben gekommen? In welchem Moment? Weil höchstwahrscheinlich ist dieser Anteil irgendwann in dein Leben gekommen, wo etwas passiert ist, was dich verletzt hat, wodurch du geschlussfolgert hast, dass es für dich sicherer ist, nicht zu nah an einen Menschen zu gehen, den du gerne magst. Weil das die Menschen sind, die uns natürlich auch am meisten verletzen können. Und darin liegt dann all die Heilung, weil in dem Moment, wo du mit diesem Kontakt, mit diesem Anteil in dir in Kontakt kommst und mit ihm sprichst oder mit ihr sprichst, kannst du da für dich die schönsten Erkenntnisse haben. Und in dem Moment, wo du auch nicht mehr gegen diesen Anteil anarbeitest oder ihn versuchst, weghaben zu wollen, in dem Moment kannst du ihn integrieren. Das ist dann quasi auch Schattenarbeit. Das machen wir auch in Hard Wide Open. Wo du dann anfangen kannst zu gucken, hey, was brauchst du eigentlich von mir, um wieder vollständig sein zu können? Also was braucht dieser Anteil um sich sicher zu fühlen? Was braucht dieser Anteil von dir, um zu wissen, er muss dich nicht mehr schützen? Das ist okay, du bist safe, du bist sicher, du kannst da vollkommen ins Vertrauen gehen und eine neue Erfahrung erschaffen. Und das ist eben immer das Spannende, dass quasi auf der Bewusstseinsebene wollen wir das eine. Wir wollen diese krass wundervolle, liebevolle, romantische, leidenschaftliche Beziehung. Und auf der anderen Seite sind wir voll mit inneren Ängsten, die manchmal dann so stark sind, dass sie stärker sind als dieser Wunsch. Weil sozusagen in diesem Wunsch eben auch die Gefahr liegt, dass dein Herz gebrochen wird und du einfach wahnsinnig verletzt wirst. Und dann ist natürlich der sicherere Weg, zu sagen, nee, dann gehe ich da gar nicht erst hin. Deswegen hier mein Impuls an dich oder mein, ja, das ist ein Impuls, den ich habe intuitiv, dir zu sagen, geh in Verbindung mit diesem Anteil, guck, woher kommt er, guck, wovor möchte er oder sie dich schützen und was braucht er oder sie, damit da in Spannung reinkommen kann. Und ein anderer Anteil, nämlich genau der Anteil, der in dieser Beziehung sein möchte, stärker werden kann, sich zeigen kann und eben anfängt, dein Leben zu führen und zu leiten. Ich hoffe, du konntest ganz viel aus dieser Folge mitnehmen. Es ist so schön, dass es dich gibt. Wenn du möchtest, teile die Folge super gerne, abonniere meinen Podcast, klicke so gerne auf Folgen, abonnieren, mein Team und ich freuen uns riesig darüber und natürlich kannst du mir auch immer gerne Instagram folgen at lauramarlinaseiler und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on. Namaste, deine Laura. Rock on.